Dieser Prototyp ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Entstehung des späteren Bestsellers Volkswagen Golf, der unter anderem eine ganze Generation prägte. Bis zur Ablösung durch den Golf 2 1983 wurden insgesamt 6,24 Millionen Fahrzeuge verkauft. Fraglich, ob das mit diesem Prototypen auch gelungen wäre. Wir hatten die große Ehre und bekamen von Eckberg von Witzleben in Wolfsburg diesen Prototyp vorgestellt. Ja, wir sehen den EA 276. Das ist ein Prototyp. EA heißt bei Volkswagen Entwicklungsauftrag und dieser Entwicklungsauftrag ist aus dem Jahr 1969. Ja, was ist der Unterschied zu einem damals üblichen Volkswagen, den wir alle kennen, den runden Käfer, der noch mit Rahmen-Bodenanlage aufgeschraubter Karosserie daherkam? Das ist eine Monocoque-Karosserie und der ganz große Unterschied zum Käfer ist, dass das Fahrzeug den Motor vorne hat. Frontantrieb, Motor vorne liegend, Getriebe vorne liegend, also die Traktion erfolgt über den Vorderwagen. Alles, was hinter dem Vorderwagen ist, also die Hauptfahrgastzelle mit Gepäckraum befindet sich dann hinter der Feuerwand. Also eine ganz neue Philosophie, die Volkswagen hier im Entwicklungsauftrag 276 im Jahr 1969 vorstellt. Eingebaut ist vorne allerdings noch der luftgekühlte Boxermotor von Volkswagen. Die wassergekühlten Motoren, die kamen dann erst mit der Baureihe des Volkswagen Golf Typ 17. Im Prinzip kann man sagen, sollte mit diesem Wagen das Auto im Vergleich zum Käfer komplett neu konzipiert werden. Ja, die Anforderungen an den EA 276, die Volkswagen hatte, war, es sollte ein Personenkraftwagen sein, der vier bis fünf Personen Platz bietet, aber gleichzeitig auch geringe Verkehrsfläche einnimmt. Also unter den Abmessungen eines Volkswagen Käfers war, das ist er auch hier, und er sollte komplett aus Tiefziehstahlblech gefertigt werden und in einer Monocoque-Karosserie. Also nicht mehr Rahmen-Bodenplatte, die mit dem Aufbau verschraubt ist, sondern ein verwindungssteifer Hohlkörper, in den dann Achsengetriebe und Motor eingefügt werden. Das ist das Besondere an diesem Fahrzeug. Fahrversuche hat es hiermit leider nicht gegeben. Es ist bei diesem einen Entwicklungsauftrag geblieben. Man hat ihn dann weiterentwickelt und das ist dann der bekannte Golf, der entstanden ist. Der Motor ist ein Vierzylinder-Boxermotor luftgekühlt mit 1493 Kubikzentimetern Hubraum. Das brachte eine Leistung von 44 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 kmh. Ungewohnt war die Steilheckkarosserie mit großer Heckklappe, die bei Volkswagen als zukunftsweisend galt. Zu den Neuheiten zählten auch Schräglenker Hinterachse und die Platzierung des Tanks im Heck. Die 60er Jahre oder die zweite Hälfte der 60er Jahre war ja auch eine Zeit, wo Volkswagen Sicherheitsfeatures in die Autos einbaute. Das Fahrzeug besitzt hier schon Rückhaltesystem für die Vorder- und auch Hintersitze und es hat auch ein besonderes Interieur, ein Kunststoffcockpit. Beim Käfer war es ja meistens noch Blech, das Cockpit. Und hier ist es in Kunststoffteilen geformt. Und auch das Lenkrad ist ein Sportlenkrad, ein Dreispeichensportlenkrad mit einem kleineren Durchmesser. Also ein sehr sportives Automobil vom Interieur und auch mit Sicherheitsaspekten wie dem Rückhaltesystem versehen. Wenn man sich die Türverkleidung anguckt, bekommt man so das Gefühl, man guckt in einen Skoda Favorit. Da sind eben die Fensterkurve, Fensteröffnung oder der Türgriff ähnlich gehalten. Einfache, unbezogene Tür-Innenverkleidung. Was ja auch Gewicht von so einer Tür spart. Wenn man heute sieht, was die Gewichte einer Tür durch den dicken Spiegel, durch die ganzen Systeme, dass das elektrisch hoch und runter geht, wiegt eine Tür heute das Fünf- bis Sechsfache von so einer Tür. Das ganze Auto hat ja auch noch eine Masse von um die 700 Kilogramm. Der Griff für den Haubenzug ist direkt unterhalb des Armaturenbrettes auf der Fahrerseite angebracht und lässt sich dann von vorn über einen Hebel leicht öffnen. Und hier sieht man dann auch in das oder auf das Triebwerk. Das ist ein ganz normaler Käfer-Boxer-Motor mit einer etwas veränderten Abgasanlage. Aber selbst der Schalldämpfer befindet sich hier im Motorraum. Die Abgase werden dann nach hinten unterm Fahrzeugboden weggeleitet. Man muss sich hier auch vorstellen, dass das Volkswagen ja überhaupt keine Erfahrung mit frontgetriebenen Fahrzeugen hatte. Das war immer vom alten Ferdinand Porsche kommt die Hecktriebfraktion. Und das ist eben das Besondere, dass es in diesem Prototyp dann vereinigt ist. Im EA 276. Was dann tatsächlich aus diesem Prototyp wurde, trug mit zur Verbreitung der Kompaktklasse bei. Der Golf war zwar der erfolgreichste, aber nicht der erste. Denn es gab bereits einige konzeptionelle Vorläufer wie zum Beispiel den Simca 1100, den es ab 1967 gegeben hatte. Aus dem Entwicklungsauftrag EA 276 wurde dann nach einigen Entwicklungsstufen der Volkswagen Golf Typ 17. Produktionsreif war das Auto ab 1974 und wurde dann hier in dieser Konfiguration bis 1983 auf den Wolfsburger Produktionsbändern gefertigt. Was ist ähnlich zum EA 276? Ganz Stahlkarosserie, Verwindungssteif, aus Tiefziehstahlblech gefertigt. Wir haben den Motor und das Getriebe vorne liegen und wir haben hinter der Spritz- oder Feuerwand dann den Fahrgastraum mit zwei Sitzen vorn, drei sitzen hinten, sodass man hier fünf Personen plus im Gepäck Heck befördern kann. Und wir haben hier eine Besonderheit, weil 10.000 Gehöfe sind in die DDR gegangen als Kompensationsgeschäft und als Gegenleistung bekam man dann von der Firma Hula Anker diese Scheinwerfer. Die haben auch das E-Symbol drin, die sind dann also in der Produktion verwendet worden. Ja, wir haben hier eine sehr schöne Lackierung in Lemon Green und haben eine zeittypische Innenausstattung in Tannengrün Kunstleder Ausstattung. Ja, das Design vom Volkswagen Golf der ersten Generation stammt von Giorgio Giorgio, einem Italiener, ganz im Gegensatz zu dem EA 276, der noch von Hausdesignern sozusagen gebacken worden ist. Was ist vielleicht beim Golf noch zu erwähnen? Es musste auch extra bezahlt werden, also M-Ausstattung, mehr- oder Minder-Ausstattung für den Rückblick-Spiegel auf der Beifahrerseite oder für das Heckfenster. Versiehen mit einer Heckscheibenheizung, genau. Und auch als Option, also M-Ausstattung noch Antenne von der Firma Hirschmann und das Radio hier von der Firma Blaupunkt in Hildesheim. Das waren eben mehr- oder Minder-Ausstattungen. Das hier ist der 1,5-Liter-Motor. Der leistet 70 PS und wurde in dem Wagen sehr häufig als Option genommen. Und man sieht hier auch schon sehr schön bei dem 70 PS Motor gibt es schon den Bremskraftverstärker, der dann das Fahrzeug besser verzögert als ohne Bremskraftverstärker. Sind das dann auch die Motoren, die in die DDR geliefert wurden? Wurde auch der Motor geliefert, genau. Der dann im Trabant 1.1 sozusagen war, oder was? Richtig. Ne, im Trabant 1.1, im Wartburg war der Motor drin. Im Trabant war eine etwas andere Bauart. Das war da mit Schlepphebel und sowas. Da war der Zylinderkopf anders gearbeitet. Aber sonst eben relativ identisch. Der Motor wurde auf jeden Fall auch in Mosel, im Motorenwerk Mosel bei Zwickau gefertigt. Dann ist der sogenannte EA 827 Motor hier. Vielen Dank wieder fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben oder gar ein Abo da. Ich bedanke mich wie immer. Bis bald, euer Jan.